Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Magica mit Zinus. Hi! Hey! Wir haben bei dir in der Folge dieses Maltry gebaut. Die ist sogar schon fertig, ne? Die funktioniert. Richtig gut, ne? Oh ja, leg erstmal dein Schwert da rein. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Cast, damit wir unser Eisen verdoppeln können. Und dafür kann ich mich erinnern, dass am Spawn, glaube ich, Aluminium in Buschform oder halt so als Gravel da war. Deswegen laufe ich jetzt mal ganz schnell zum Spawn. Und du kannst ja so lange schon mal nach weiterem Eisen suchen, dass wir verdoppeln können. Würde ich auch sagen, ja. Ich gehe mal kurz ein bisschen minen. Das Essen ist schon ein bisschen knapp, ne? Oh, ich habe schon Tin gefunden. Okay, nice. Ich werde auch noch kurz ein bisschen Essen braten, damit wir nicht verhungern. Das wär's noch, ey. Wir sind voll auf dem Erfolgstrip Smaltry in der zweiten Folge. Und dann, bam, totessen. Oh, ich habe einen Gipfel bekommen. Oh, nice. Richtig gut, GG. GG. Schreib mal GG in den Chat. GG. Und wo war jetzt der Spawn? Warte mal. J war das, ne? Ach, dahinten kann der Spawn. Perfekt. Kann man ja alles easy nachgucken, ne? Ja, die Map ist echt super. Also es ist schon gut, dass wir nicht einfach nur quasi pur Ars Magica haben, sondern so ein paar kleine Extras. Ja, zum Start braucht man das halt einfach, weil sonst, denke ich, wird's ziemlich schwierig. Ars Magica ist dann auch ziemlich intensiv, sowas. Ja, vor allem das, vor allem für die ganzen Zaubersprüche, wenn du dir das mal überlegst, was du da an verschiedenen Sachen brauchst. Das ist zum Beispiel auch unsere Hauptmotivation gewesen, warum wir Project E, also Equalist Exchange hier drin haben. Genau. Ich glaube, hier war das irgendwo. Genau da. Das hat man wahrscheinlich, ich habe halt einfach den Baum direkt daneben abgebaut. Ich vollidiot. Lol. Aber das hast du stehen lassen, oder wie? Ja, richtig. Nein, 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 nein. So, ich gehe mal ein bisschen nach unten. Ich mache mal bis zu Ebene 13, dass wir schon mal so weit unten sind, Eisen gefunden. Perfekt. 13? 11? Du kannst übrigens gleich wieder hochkommen, es wird nämlich schon wieder Nacht. Okay, oh. Soll ich jetzt schon kommen? Ja, ich glaube. Es ist schon echt spät. Okay, perfekt. Ich komme hoch. Jetzt kann ich mir jedes Mal den Kopf anschlagen. Zack, zack, zack. Ja gut. Wir haben gesagt, effizient, nicht schön. Ja, das stimmt. Oder Leute, was meint ihr? Sollen wir ein schönes Haus bauen? So ein dreistöckiges. Sowas in meinem Stil, so weißt du? Ja, richtig. So Craft Attack Style ein bisschen. Ja, oder auch Woodlife, was ich angefangen hatte. Das war echt krass. Okay, ich bin da. Ja, warte, ich auch. Drei. Zwei. Ah, ich bin vor dir sogar da. Nee, 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 nee. Shit, das Haus. Aha. Würde schließen. Das stimmt. Ja, dann kommt einfach einer noch rein. Gibt noch einen Creeper. Ja, zum Glück nicht. So, perfekt. Ich habe volle Angst um unsere Villager, ne? Hoffentlich leben wir lang genug, bis wir sie verteidigen können. Ja, bis wir traden können. Wenn wir überhaupt mal benötigen, ne? Ich habe jetzt Aluminium. Und daraus bekommen wir Moltenaluminium. Und wenn wir das zusammenbasteln mit Copper, und zwar eins, zwei, vier Teile Aluminium, ein Teil Copper, bekommen wir da Brass raus. Und daraus können wir dann unseren ersten Ingot-Cast machen. Okay, perfekt. Eins, zwei, drei, vier. Und einen Copper. Und ich mache mal schon mal unseren Eimer und mache eine Lava rein, okay? Mhm. Mach das. Und ich glaube, den Eimer... Ah, das Eisen habe ich reingelegt. Das hast du gesehen, oder? Ach, das drei Eisen. Ja, ich habe es gesehen, genau. Dann mache ich das jetzt schnell. Zack, 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 zack. Wolle nehme ich auch mal mit. Bucket. Zum Essen braten ist das ganz praktisch, ne? Stimmt. Was man übrigens hier sieht, wo ich gerade das Inventar offen habe, alles hat ein EMC-Value. Das ist gerade Project E. Das bedeutet, dass wir quasi Sachen über ihren EMC-Value quasi austauschen können. Zum Beispiel Sunflower hat 32 und Carrot hat 64. Das heißt, ich kann zwei Sunflower hergeben und bekomme dafür eine Carrot zum Beispiel. So funktioniert das. Freue ich mich schon, wenn wir das haben. Es ist halt ein bisschen mächtig. Also man darf das nicht unterschätzen. Zum Beispiel Obsidian hat jetzt 64 EMC. Das heißt, wenn du eins der Cobblestone abgebaut hast, kannst du dir darüber ein Obsidian herstellen. Also das ist schon, ne? Ja. Aber man muss zuerst auf 64 Cobble-Farm gehen. Ja klar. Weiß nicht, ob da ein Obsidian sogar schneller geht. Wie viel Wert hat Diamant, das weißt du nicht, ne? Weil wir noch einen haben. Das ist kein Problem. Du kannst einfach Diamond eingeben und dann siehst du es ja. Diamond ist 8192. Ja gut, wenn wir Diamanten haben, nicht schlecht, ne? Ja, aber wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, dass ich, hab ich schon irgendwas Wertvolles? Ich guck mal gerade schnell, was unser wertvollstes EMC ist. Topaz hat zum Beispiel, also nicht alle Items haben das. Mod-Items haben das manchmal nicht. Aber zum Beispiel Weizensamen. Die haben 15 Weizensamen. Die haben auch schon wieder 240. Also das ist schon. Oder meine Ironpick-Ax hat 500. Also es ist schon möglich, quasi die Sachen so hin und her zu tauschen. Okay, sehr cool. Die Federn, die wir haben. Die ganzen, die 23 Federn haben über 1000. Also wenn du irgendwie zwei, drei Stacks Federn hast, ist das auch ein Diamant. Und so weiter. Mhm. Ja, das ist echt cool. Und ich hab, was hab ich hier gefunden? Ein Tin. Und noch Eisen. Perfekt. Das ist echt sehr gut. Können wir aus Tin auch was Gutes herstellen? Benötigen wir das? Ähm, ja. Und zwar für, warte, ich guck schnell. Liquid Tin, Molten Inver. Wo ist denn Tin? Tin Gravel Ore. Nehmen wir mal das hier. Zack. Für Bronze brauchen wir das. Und Bronze ist besser als Eisen. Deswegen würde ich tatsächlich dazu übergehen, dass wir uns quasi Bronze-Tools machen. Kapper, Tin und Bronze. Achso, so mach ich's gerade auch in, äh, Love in the Woods tatsächlich. Okay, perfekt. Eins zu eins kopierte Taktik. Lol, ich hab hier so was Grünes gefunden. Und zwar ein, ah, Michinio. Von Magical Crops. Ah, das gibt's ja auch als Ohr jetzt neu. Jaja, du brauchst, ähm. Minizio, oder wie heißt das? Minizio, oder? Genau, dieses, dieses, ähm. Grüne. Das ist der Basic-Stoff sogar für Magical Crops. Also ohne den geht gar nichts. Aber das droppen auch die Monster, hab ich gesehen. Ich hab auch schon ein paar Monster getötet und das droppen die auch. Genau, da kommt diese Essence raus. Und, aber die Essence braucht man die für was anderes? Ich weiß schon, wie nicht mehr. Ne, doch, die Essence braucht du für was anderes. Halt, stopp, das ist nicht dasselbe. Okay. Ja, werden wir dann alles rausbekommen auf jeden Fall. Tin hab ich noch gefunden. Nice. Also wie gesagt, ich würde gleich auf Bronze gehen, weil, ne? Wieso auf was Schwaches gehen? Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir hier zwei Ingots Molten-Aluminium und acht Ingots Molten-Aluminium-Brass. Und jetzt hol ich mir noch einen anderen Ingot und dann können wir unseren Ingot-Cast machen. Soll ich noch irgendeinen Cast machen? Vielleicht sogar gleich mal Spitzhackenkopf oder sowas? Ja, wäre, ich glaub, nicht schlecht, ne? Ja, denke ich jetzt gerade auch. Hast du schon die passenden Dinger dazu gefarmt? Ähm, nee, das kann man ja aus Korbel herstellen, ne? Ja, richtig, aber halt die, die, ähm... Nee, hab ich noch nicht gemacht. Danke. Du weißt, von was ich rede, obwohl ich mich selbst nicht ausgesprochen bekomme. Sehr schön. Ich weiß schon, was du meinst. Ich fahre mir mal munter weiter. Was brauchen wir? Ich hab jetzt 14 Tinn und 15 Eisen. Nice. Das ist halt einfach jetzt schon doppelt so viel dann, ne? Und eine Hülle gefunden. Und eine Hülle gefunden. Und eine sehr große Hülle gefunden. Sag mal, ähm... Okay, hast du nicht gemacht. Eine wirklich große Hülle gefunden mit Körper. Ja, lass die, lass die, lass die, lass die doch mal in der nächsten Folge dann zusammen auseinandernehmen. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, noch ein Creeper. Nein, bitte nicht. Jetzt komm zurück, Mann. Nicht, dass du noch drauf gehst. Ich hab schon alles gesaved. Cool. Ähm, sollen wir die komplette Sachen aus, aus Bronze machen? Oder willst du irgendwelche andere Materialien haben noch? Ich würd komplett aus Bronze, oder? Ja, okay, machen wir voll Bronze. Toolbinding-Pattern brauchen wir dann noch. Und ein Tool-Watt-Pattern. Was auch ganz gut ist, ich hab noch, ähm, Zuckerrohr gefunden. Das könnte ich auch noch gleich anbauen. Weil damit kann man die Tools auch noch verbessern mit Papier, nämlich, wenn man ein paar Sachen aus Papier baut. Ja, eben, das frag ich dich. Willst du zum Beispiel irgendwie das Binding aus Papier oder so? Oder sind wir überhaupt so weit, dass wir viele Modifier wirklich draufhauen wollen auf unsere Bronze-Pick-Axis? Nee, ne? Würde ich nicht sagen. Brauchen wir nicht. Nennt jetzt nicht. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hätten gehen wir auch gleich auf Meni und Lin oder so. Oh, Marble. Ich kann doch ein Haus bauen. Ich hab Marble gefunden. Perfekt. Oh, Mann, ey. So. Gut. Wir haben alles, ne? Ich hab jetzt Tin, Iron. Und was benötigen wir noch? Hast du gesagt. Ähm, Kappa. Aber Kappa haben wir ja schon. Kappa. 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 Du könntest mal mein Inventar hier aufsammeln, weil, oh, das ist vielleicht nicht die beste Idee, was ich gerade mache. Weil ich gerade ein bisschen übertreibe hier. Okay. Kappa haben wir nicht so viel. Aber es ist nicht selten. Ich hab noch einiges im Inventar. Also kein Problem. Oh, nee, das ist Tin, was ich im Inventar hab. Egal, wir kriegen das hin. Das meinte ich auch, ne? So, alle Casts sind fertig. Nice. Perfekt. Eins hab ich schon aufgesammelt. Dann können wir eigentlich das restliche Zeug wieder rauslaufen lassen. Oder, nee, Aluminium Brass verbindet sich mit nichts. Wir lassen mal das restliche Aluminium noch rauslaufen. Okay. Boah, ich brauch eine Kiste, ey. Hier hab ich schon eine Kiste hingemacht. Genau für das. Eins, zwei. Die anderen beiden hast du. Nee, das andere hast du noch. Genau. Zack. Gott. Wie wir einfach direkt die ersten Steinteile einfach einmal komplett überspringen. Brauchen wir nicht. Können wir auch gleich richtig machen. So, ich mach das mal alles raus. So, einverstanden. Oh, jetzt hab ich schon eins zu viel. Egal. Du hast Tin gefunden, hast du gesagt, ne? Tin hab ich richtig viel, ja. Ja, und wir haben auch ein bisschen Kappa. Nicht so viel, aber ein bisschen. Ich hab schon geholt. Vier Kappa haben wir. Hast du schon reingemacht? Nee, kann ich aber jetzt machen. Und dann möchtest du? Ja, genau. Warte, ich sag dir, in welchem Verhältnis wir das machen müssen. Molten Bronze ist im Verhältnis eins zu vier wieder, hätte ich jetzt gesagt. Oder sechzehn, zwei, drei. Nee, eins zu drei. Mein Fehler. Eins zu drei. Okay. Also was muss ich genau machen? Ähm, drei. Jetzt hab ich selber wieder vergessen. Drei Kappa und ein Tin. Oder sechs Kappa und zwei Tin wäre eigentlich besser. Ja, dann haben wir definitiv zu wenig Kappa, ne? Warte, dann machen wir drei Kappa und ein Tin. Das verdoppelt sich ja und dann dürfen wir genau so viel haben, dass wir zwei Bronze Spitzhacken machen können. Okay, perfekt. Vielleicht. Vielleicht verrechne ich mich auch. Okay. Ich geh nochmal. Wo ist Kappa denn? Ist das weit oben oder eher unten? Ich weiß es gar nicht. Haben wir eine Mod dafür? Also eigentlich ist Kappa überall, oder? Hm, ich weiß es. Orspawn? Nee, haben wir nicht. Wir können aus Magical Crops den Scheißherz stellen, natürlich. Auf jeden Fall, ja. Später dann schon. Oder wir gucken mal, ob wir es über EMC. Ja, das hat einen EMC-Value und zwar 128. Okay. Ja. Aber ich glaub, das machen wir noch nicht jetzt, oder? Also möglich wär's. Also durchaus. Ich kenn die Mod halt nicht. Müssen wir da was craften, um das zu tauschen, oder wie? Ja, aber es geht. Also es wäre möglich, in vielleicht einer Folge oder so. Also wir benötigen halt für die Bases, brauchen wir einen Diamant, vier Clawstone und vier Redstone. Bevor wir ja anfangen können. Das ist halt die Einstiegskosten quasi. Aber danach könnten wir das schon machen. Also durchaus möglich ist es. Okay. Wir brauchen jetzt halt, wir müssen farmen. Da kommen wir nicht drum rum. Also wir brauchen die Diamanten und den ganzen Kram. Okay. Ja, ich such hier schon gerade ein bisschen Kopper nach unten. Ja, ich hab acht Bronze. Ich hab Kopper gefunden direkt. Perfekt. Nice. Sollen wir, auf was sollen wir denn gehen? Sollen wir uns zwei Bronze-Spitzhacken machen für jeden eine? Weil die halt schon verhältnismäßig gut sind. Ja. Würde ich machen. Okay, dann machen wir's so. Dann hau ich mal hier das ganze Zeug kurz rein. Und dann schaff ich das sogar noch diese Folge. Das zum Thema Produktivität, ey. Oh Gott, drei Creeper, aber richtig viel Kopper. Shit. Ja, dann komm wieder zurück. Das können wir später immer noch holen. Kein Problem. Brauchen wir kein Kopper mehr? Nee, nee. Das wird reichen, was wir haben. Auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Dann komme ich wieder zurück. Ich muss mich nur beeilen, weil in zwei Minuten die Folge zu Ende ist. Und ich möchte das unbedingt noch schaffen. Schaffen wir. Schaffen wir. Das wäre richtig cool. Ja, schaffe ich. Perfekt. Und Kopper habe ich noch ein bisschen was. Falls wir dann noch eine zweite oder sowas machen müssten. Ja. Warte mal, wie viel braucht denn der Scheiß? Ich mache nämlich gerade einfach auf gut Glück, um ehrlich zu sein, weil ich keine Ahnung, was ich mache, so wie immer. Ah, nee, es reicht. Es reicht. Wir haben genug Bronze. Hier ist ja kein Iguana oder wie das heißt, Tweaks drauf. Das heißt, es wird reichen. Es wird Nacht. Bist du schon wieder auf dem Weg nach oben? Ich bin schon nach oben. Lass erst schlafen gehen. Ich habe jetzt alle Einzelteile. Dann kann jeder seine eigene quasi zusammenbasteln. Das ist, glaube ich, cooler. Sehr gut. Die Villager sehen so lustig aus, ne? Ja, das stimmt schon. Wir müssen mal gucken, was die so für Rezepte haben. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Wir sind so erfolgsbesessen. Ja, dass wir uns auf das gar nicht konzentrieren, ne? Ja. Oh, da ist auch schon wieder ein Zombie-Villager. Hat schon wieder einen erwischt. Schade. Das gibt es doch nicht, ey. Echt schade. Okay, ich bin bei der Toolstation. Ich droppe dir mal deine Sachen. Guck mal. Okay. Zwei. Drei. Perfekt. Ich finde auch cool, wie die Sachen so auf dem Boden liegen, ne? Ja, es ist einfach, es ist genauso wie in Nero. Es findet auch jeder geil. Reeforst 1 hat die sogar. Zack. Nice. Jetzt gucken wir mal. Perfekt. Wenn ich das auswählen, dann so, so und so. Cool. Sehr cool. Haben wir eigentlich schon das Buch? Weil ich glaube, mit der Bronze können wir jetzt alles, noch kein Obsidian abbauen. Aber die kann man nicht upgraden. Ist ja nicht irgendwo das Buch drin. Volume 2, genau. Da möchte ich noch ganz kurz schnell am Ende der Folge reingucken, auch wenn wir eigentlich schon drüber sind. Kannst du machen. Warte. Hier, Diamant. Mining Level Increase to Level 3. Und was ist Bronze für ein Level? Bronze Mining Level 2. Ja, es passt. Wenn wir einen Diamanten finden, dann können wir eine unserer Bronze Pickaxe auf Diamond Level upgraden, weil so viel Modifier haben wir. Und dann können wir instant schon Obsidian abbauen. Sehr gut. 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 Machen wir so. Sehr gut. Dann war es das auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind auf jeden Fall gut vorangekommen. Was machen wir als nächstes bei dir? Morgen farmen, oder? Ja, ein bisschen farmen. Vielleicht auch schon ein wenig mit Tinkerskontest. Äh, nicht mit Tinkerskontest, sondern mit Ars Magica anfangen. Ja, wir haben eigentlich jetzt, wir haben jetzt bald alles. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Kühe vermehren und dann fangen wir an mit Ars Magica. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Nice. Und parallel vielleicht so ein kleines bisschen die Basics von Project E, um halt die wichtigsten Sachen ganz schnell herstellen zu können. Sonst sind wir so viel am Dumm rumlaufen, das würden wir euch gerne ersparen. Genau. Alles klar, macht's gut. Bis morgen bei Zinus. Ciao. Tschö.